Berner Salzmann, Sterner Rat SVT Kanton Bern. Jedes Land, das für seine älteren Leute die Arbeitsstelle garantiert, Sozialwerke nicht aushöhlen und nicht zusätzliche Sozialwerke schaffen, das steuert die Zuwanderung selbst. Das machen sehr viele Länder auf der ganzen Welt. Und darum bin ich für die Begrenzungsinitiative. Ja zur Begrenzungsinitiative. Um unsere Natur, unsere Jugend, unsere KMUs und unsere Arbeitnehmenden zu schützen.